So, ist gerade alles so leise. Warte mal. Ja, ich wollte eigentlich den Sound noch ein bisschen lauter machen. Dialoge. So, wir sollen nach Uribus. Was haben wir hier? Na, gar nicht. Ist noch ein bisschen früh. So, ja, gar nicht so viele da. Alles klar. Ab nach Uribus. Oh, wait. Lass mich erstmal auf Eule gehen. Jetzt. Dann starten wir mal in den neuen Patch. Ich habe leider das Ding jetzt einfach weggedrückt. Ich habe gar nicht alles angeguckt. Aber ich hatte ja auch ein Video gemacht, was alles neu jetzt ist. So. Das Video hat gestern auch ewig lange gebraucht, Bände, bis es fertig gerendert und hochgeladen ist. Oh. Hör mal. Jutti. Das hier sind die Dungeon, ne? Gehen wir erstmal da hin. Wie sollen wir da hinrennen? Hallo. Polemarsch. Redest du jetzt alleine, oder muss ich dich anquatschen? Ihr möchtet dienen? Sie haben uns kalt erwischt. Der Kerkermeister ist inzwischen mächtiger, als wir es uns hier hätten vorstellen können. Fragt Adrestes, was in der Elysischen Feste passiert ist. Bleibt. Trotz all unserer Bemühungen wächst der Schlund weiter. Hat uns Denatrius-Verrat in Untergang gebracht? Der Primus ist verschwunden und die Bastion kann die Schattenlande nicht allein retten. Nichts davon sollte geschehen. Vielleicht kann die Winterkönigin... Meine Archum. Eine lebende Seele wünscht eine Audienz. Ein Sterblicher? Ein König. Einer, der sein Leben lang nach Gerechtigkeit gestrebt hat. Der alles opfern würde, um seinem Volk zu dienen. Dessen Herz wahrhaft rein ist. Lasst ihn durch. Er darf sprechen. Tretet näher. Meine Aufgestiegenen sprechen von euch. Der König, gefangen im Schlund. Das Gefängnis konnte mich nicht ewig halten. Was bringt euch in die Bastion? Ihr habt einen Schlüssel. Ich brauche ihn. Ihr entlasst diese Seele aus eurem Griff. Nein. Er ist an mich gebunden. So wie ihr einst euren eigenen Bruder finden wolltet. Keine Katzen. Oops. Oh, 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 oh. Das Gefäß hat seine Aufgabe tagelos erfüllt. Drei Schlüssel verbleiben. Dann werden sie sehen, dass man den Tod nicht in Ketten legen kann. Ja, das Video kennen wir ja schon. Ja, ich habe gesehen, diese Woche ist Mythisch Dungeon. Das können wir ja alles ein bisschen verbinden. So, Bolvar. Gibt es Neuigkeiten? Uns beobachten Sie, Herr Anduinard. Unsere einzige Hoffnung ist, dass ihr und die anderen Helden die Pakte stärkt. Es wird der Tag kommen, an dem der Kerkermeister und Sivanas die nächsten Schritte ihres Plans offenlegen. Und wenn sie das tun, braucht es all unsere gemeinsame Stärke, um sie zu überwältigen. Eure Sicht auf Anduin im Schlund teilen? Könnt ihr eure Sicht auf das Schmieden der Gramklinge teilen? Achso, das sind die alten, ne? Was? Die erste Schritt. Ne? Die erste Schritt. Was? Was ist das denn für eine Übersetzung? Die erste Schritt. Anduin, jetzt ein Diener des Kerkermeisters. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Es ist an der Zeit, dass die Pakte zusammenkommen. Wir treffen uns in der Kammer der Richterin, um unsere nächsten Schritte zu planen. Talinara. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Ein zusammentreffender Pakte. Auch wenn der Kerkermeister den Schlund nicht verlassen kann, reicht seine Grausamkeit weit über die Grenzen seines Gefängnisses hinaus. Glücklicherweise erholt die Archon sich von dem Angriff. Ihre Wunde soll jedoch verstörende Eigenschaften haben. Die Ewigen und ihre Verbündeten erwarten euch und auch laut Vordragon in der Kammer der Richterin. Ich werde den Weg für euch öffnen. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Euer Weg wurde gewählt. Sagt sie noch was? Ich glaube nicht. Na dann. Bis zu dir. Ach, guck mal. Hübsch. Ist doch nicht hübsch. So, Bolvar. Hi. Ein zusammentreffender Pakte. Bolvar betrachtet faszinierend den Anblick vor ihm. So. Stimmen der Ewigen. Bolvar blickt zu den großen Figuren vor ihm, zu den unzähligen Toren, die sich in den Äther erstrecken. Diese Kammer ist wahrlich wundersam. Doch dies ist keine Zeit für Ehrfurcht. Die geehrte Stimme muss sofort das Treffen eröffnen. Hört euch den Plan an. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden. So. Tretet vor und lasst über euch urteilen. Ich richte das Wort. Ja dann. Ich bin bereit. Im Namen der Richterin. Wir folgen dem Ruf der Ewigen. Dieser dreiste Angriff auf die Bastion schreit nach Rache. Ist eure Wunde geheilt, Krestia? Nein. Aber im Vergleich zu dem, was gestohlen wurde, ist sie unwichtig. Was wollte der Kerkermeister? Vor langer Zeit hat jeder der Ewigen ein Symbol der Rolle unseres Paktes erhalten. Doch Soval sah die Siegel als Schlüssel. Zu verbotenen Wissen. Als wir seine Heresie zurückwiesen, wollte er sie mit Gewalt nehmen. Doch der Primus führte uns endlich zum Sieg. Soval wurde für seinen Verrat auf ewig verbannt. Doch selbst im Schlund gefangen, fand er Verbündete. Graf Denatrius hat sein Siegel dem Verbanden zweifellos freiwillig gegeben. Im Samtum des Primus haben wir kein solches Siegel gefunden. Die Essenz der Richterin ist noch hier. Sie benötigt Schutz. Die Schwarze Klinge wird helfen, die ewige Stadt zu verteidigen. Aber das wird nicht das einzige Ziel des Kerkermeisters sein. Nein. Schon jetzt spüre ich, wie seine Großhaftigkeit meine Heile bedroht. Die Necrolords werden die Einbringlinge aus dem Ardenwald treiben. Die Ventir stehen euren Truppen zur Seite, Draka. Wir versammeln die Pakt-Truppen zur Schlacht und stellen uns. So sei es. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Auf in die Schlacht, oder wie war das? Vertraut auf die Vorsehung. So, verlass die Kamera. Hold'em. Vielen Dank.